Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei L.A. Noire vor dem JustPicked Obst, Markt, Waren, Geschäft, keine Ahnung. Wir sollen jetzt hier mal die Leute befragen oder wahrscheinlich den Chef oder so, weil wir... Ich habe einen Anruf für die Universal Chorus-Line. Alles klar. Weil wir... beziehungsweise dieser Obstwaren-Händler ist, Lieferant von der L.P.A. Blablabla... und die Verdächtige, die die Ermordete gesehen wurden. Und wir fragen jetzt etwa bei diesem netten Herrn hier, wo ist eigentlich unser Kollege. Nicht da. Gut, dann machen wir es alleine. Sir, I'm the... Wait, you look familiar. Hey, from the bar, right? Who brings you here? LAPD, Detective Phelps and Galloway. Clem Feeney, what can I do for you? Did you happen to see a young woman last night? 21 years old, Hispanic? Sure, she came by last night. Why do you ask? Aha. Sie war hier letzte Nacht? Beim Obstladen? Aha. Okay, wir fragen mal nach der markanten Halskette. Was er damit zu... er damit zu tun haben soll, weiß ich jetzt auch nicht. Aber gut, wir fragen mal. Sie war eine Necklade? Ich habe es nicht bemerkt. Du hast keine Atenung, Feeney. Hey, du hast die falsche Idee. Äh. Ähm. Okay. Auf jeden Fall sagt er nicht die Wahrheit. Jetzt müssen wir nur gucken, ob wir einen Beweis auch haben. Äh. Wir haben aber jetzt keinen wirklichen Beweis von der Halskette, ne? Gut, das heißt anzweifeln oder Lüge. Wir zweifeln mal an. We recovered some of Mrs. Maldonado's personal items from this area, Clem. The last item we found overlooked this place. I think you're lying. And if you want our help, you better come clean with us. You think I'm some kind of nut job? That I did something to her, me? What proof have you got? Ja, scheiße. Verdammt. Persönliche Gegenstände. Aber das hat er ja gerade schon im Vorgehalt. Das kann es nicht sein. Das ist ein zerbrochenes Fenster, Eisenhorsten. Ich habe eine Store, um zu fahren, wenn du ziemlich fertig bist. Ja, komm. Das ist auch falsch, scheiße. Kontakt mit Opfern. Das sind immer die Schlimmsten hier. Die am hartnäckigsten. Der hat auf jeden Fall was zu verbergen, aber ich merke, ich verkack's gerade irgendwie wieder. Immer bei diesen Zwischenleuten. Gut, wir fragen ihn trotzdem mal. Kontakt mit Opfern. Die junge Frau hat umsend nachmittags? Ja, something like that. Use the phone for a cab and then left. Gut, anzweifeln hat gerade X gebracht. Ich sag jetzt einfach mal, es ist eine Lüge. She was brutally beaten soon after she left the bar. Clem, you sure you didn't drive her somewhere? What are you suggesting? I run an honest establishment and I'm trying to be helpful. Do I deserve this kind of treatment? Ja, danke. Das habe ich sofort. Bewegungen des Opfers. Where did she go from here? She wanted a cab, but I couldn't get her one. I was about to offer to drive her, but a car pulled up and she got into that. Okay, ich glaube, das ist die Wahrheit. Okay, der hat auf jeden Fall was zu verbergen. Auf jeden Fall. Das kann es ja wohl nicht sein. Das erinnern wir mit 1, 2, 3 Fragen richtig. Gut, wir schauen uns aber trotzdem auf jeden Fall mal um. Denn, äh, er war ziemlich nervös und scheint... Ach, hier, was ist denn das? Eldorado Oranges. Okay. Kann ich hier durch? Yo. What the hell? Get their vitamins. Check through this stuff before we get back out there. Wow, krasses... Krasses Lager. Ich glaube, da schmuggelt jemand. Sagt was dazu? Krass damit. So what are we hiding in here? Das Ding hat eine Kombination. Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Moment, da muss ich gerade mal nachschauen in unserem Stützbuch. Da haben wir also das... Äh, Hinweise. Das Punktdiagram. Zwei, fünf, drei. Das kann ich mir merken. Zwei. Oh. Nein. Nein, 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 nein. Zwei. Äh, fünf... Fünf... Alter, da ist es. Die Weiber seien untertan. Was? Denn der Mann ist das Weibes Hauptgleich, wie auch Krassus Lager meint ist. Und er ist seines Leibes Heiland. What? Ach, du lieber Himmel, oh Gott. Maria. Achtung? Ja. Ein Bild hinter Hände. Und ein... Ja, ähm... Sagt er nichts dazu? Ähm, da sind Blutsachen da drin. Ähm, ich kann nicht zurück. Okay, ähm. Ich... Da sind Blutsachen drin. Da ist noch was. Eine List. Ach, du lieber Himmel. Der Mörder war auf jeden Fall hier. Es ist ein typischer Power-Thing. Als der Stippe tot ist, fühlt sich meistens, dass sie das, was sie lieben können. Sie haben es wohl gesehen, während der Krieg. Ach, du Scheiße. Dieser Fruitskull-Punk bekommt ca. 10 Sekunden, um zu erklären, bevor ich seine Arme auspürile. Ich habe gerade... Okay. Oh, Mann. Der Pisser. Auf dem Parkplatz stand nämlich so ein brauner Coupé. Hätten wir gleich denken können. Scheiße. Oh nein, Verfolgungsjagd. Ich versuche mein Bestes. Holy moly. Mit dem besten Fahrzeug ever. Ja, streng ich an, Kollege. Wow, 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 wow. Oh, du bist nicht auf der Lust, du? Hoorra! Ich kann nicht untertitel lesen und gleichzeitig unterfahren. Das finde ich nicht. Oh, wuhu. Geronimo! Ja, ich probier's doch. Oh, 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 oh. Ja, komm. Ja, ha, ha, dann mach doch auch. Ah. Entschuldigung. Äh, Ausdruck. Oh, jaja, jaja. Du bist ein sicker Mann, Clem. Du brauchst Hilfe. Die pereine Frau kann jetzt in Ordnung bleiben. Ich bezahle den Fiend eine persönliche Bescheidung und erzähle ihnen, dass ein Krieg in dieser Stadt nicht unbezüglich ist. Wenn sie mit ihnen am Herzen auf dem Herzen haben, haben wir sie vor der Grand Jury. Ich habe dieses Nachts ein Gespräch mit den Meierlads. Ich werde sicher sein, dass eure Namen nennen. Jetzt, auf deinen Weg. Danke für das Lob. Ja, genau. Ich dachte es mir. Geil, lass ich auch was ab. Wunderknabe. Mhm. Wir haben alle Hinweise. Krass. Wegen der Leiche auf Clems Finis Türschwelle konnte der Bezirksstaatsanwalt mit dem Gedanken spielen, ihn in die Gaskammer zu schicken. Ach du lieber Himmel. Meine Güte. Gut, Fragen richtig. Acht von 13. Bin ich nicht mit zufrieden. Aber im Großen und Ganzen ist es doch gut gelaufen. Also besser auf jeden Fall als irgendein anderer Fall. Den wir verkackt haben zum Beispiel. Naja. Vier Sterne, Fall abgeschlossen, ausgezeichnet. Bin ich zufrieden. Ich hoffe, haben wir gute Arbeit gemacht, ne? Jo. Und dann drücke ich mal auf Weiter. Gucken, was wir jetzt für einen Fall bekommen. Was mich aber jetzt wundert, was passiert jetzt mit dem Mann? Wird der jetzt freigelassen? Weil der hat ja eigentlich theoretisch nichts damit zu tun gehabt. Wahrscheinlich wird er jetzt freigelassen nach dem Verfahren oder so. Gut, weiter geht's. Was ist das? Er ist ein ruhig, Sarge. Ich hörte nie, der Mann kommt. Er sitzt da, der feldstripte eine Zigarette, und plötzlich ist er da, schau dir auf dich. Warum glaubst du, dass wir immer saluten, diesen Jap-loving-sonn-of-bitch? Das ist ein schlechtes Juju. Das ist genug aus, ihr drei! Ein schlechtes Juju? Wo sind Sie sich gerissen? Ein Schwamm? Weiße Schuhe und ein Mord. The White Shoes Slaying. The White Shoes Slaying. Gott. Hey, Ladies, get out of the road! Galloway & Phelps Ich will nochmal kurz schnell was probieren, wenn wir schon mal hier sind, weil wir haben ja mehrere Anzüge. Ja, das stimmt. Äh, was ist hier? Verschiedene Anzüge, die ich mal schauen, glaub wir die... Detectives? Achso, da kamen wir grad her. Weil ich würde gerne mal meinen Anzug wechseln, so insofern das natürlich geht, gehen sollte. Ich schau mal unten nach, bestimmt irgendwo irgendwelche Umkleiden oder so. Interview Room, Detectives Interview 1, no guns. Was ist das hier? Achso, Zellen. Line Up Gallery. Dolla keep locked all the time. Nope. Gut, anscheinend haben die hier nichts, nicht irgendwie wie eine Umkleide oder so. Interview Room, was ist das hier? Secretaries Room. Patrol Room. Duis. Duis. Ja, das bin ich. Entschuldigung. Nein. Staff only, komm mal hier rein. Oh, komm mal gar nicht rein. Mäh. Ist auf jeden Fall mal gut, hier alles so einzuschauen. Ne, hier ist irgendwie... nüchts. Armory. Hier, ich dachte hier so spinnt oder so. Was ist das hier? Locker Room. Hier ist doch was. Kann man sich doch bestimmt irgendwie umziehen. Oh Gott, sieht sehr dreckig aus. Mein Gott. Oh Gott. Toiletten. Ihhh. Die darf auch mal wieder sauber gemacht werden, modernisiert werden, ey. Was will denn hier duschen? Okay, wir können uns aber hier irgendwie nicht umziehen. Hm, schade. Ich dachte, hier kann man so interaktiv so sich umziehen. Na gut, ähm. Gehen wir mal zu unserem... ...Tatort, zu unserem nächsten. Schauen wir mal, was uns wieder erwartet. Äh. Exit. Da. Oh, es regnet. Das hat man aber auch noch nicht, oder? Das ist regnet. Komm, Kollege. Das erste Mal jetzt. Na komm. Rudi. Ab. Rein mit dir. Das war's. Das war's. Noll. Ja, da reicht, ne? Wir haben, äh, einen Dicker. Der schlimmste rennt noch draußen rum. Dad. Das war's. Tatort. Das war's. Gelbzitz und Galloway. Homicide. Scene secure. The rest of the patrolmen are going door to door, canvass scene for witnesses. Thanks. Keep me informed. Will do, Detective. This looks awfully familiar. I think that's the impression the boys from the examiner took with them as well. There's nothing original under the sun. Why should murder be any different? What do we have so far? Not much trace evidence to speak of. Storm blew in around 10 last night and the rain washed most of it away. And the body? Looks like she was tipped out of an automobile from the tire tracks and superficial injuries. Strangled with a length of rope. And for my money, it's triple braid again. Time of death. How's the video? From her temperature, maybe 2 a.m. But it was cold last night. Usual head injuries. Blunt force trauma. Knock him over the head, then strangle and mutilate. No message with this one. At least she was left clothed. I doubt very much he was concerned with her dignity. The green silk dress is very distinctive. Any sign of her other shoe? No. And no handbag or other personal effects. I don't think this is anything. Also, die Leiche ist angezogen. Keine Message, also keine Nachricht drauf auf dem Körper. Aber, es fehlt ein Schuh. Sie wurde wieder erwürgt. Und wieder stumpfe Gewalteinwirkungen. Das ist echt seltsam. Was ist hier? Oh. Another day, another dollar. Ach, die Schuhabdrück. No drag marks. Killer was moving around, surveying the scene. Our driver and our killer are most likely one and the same. Naja, muss nicht unbedingt sein, ne? Einer kann gefahren sein, und einer, äh, war dann, ne? Der Ausführende, sag ich mal. Oh, dann schauen wir uns mal die Leiche an. Wieder mit demselben Seil. Das ist echt interessant. Was ist das denn? Es scheint, dass es ein Drei-Cleaning-Label gibt. Superior Laundrie-Services F1-363. Aha. Aber warum soll so eine Wäscherei was mit dem Kleid zu tun haben? Also, mit dem Tod dann auch. Ist da Regen? Kein Regen ab. Hm. Hm. Ups. Können wir sie irgendwie nochmal anders irgendwie an? Nee. Gut. Hm. Oh, was hat Wunder. Es hängt ein Telefon hier. Wollen wir mal. Oh. Es tut es. Ein Obdachloser? Ein Obdachloser? Ein Obdachloser? Ein Obdachloser? Ich muss noch mal telefonieren. Ich mache jetzt mal einen Cut. Wir telefonieren... Ach komm. Wir telefonieren nochmal. So viel Zeit muss sein. Phelps Badge 1247. Wie kann ich helfen, Detective? I need an address on Superior Laundry Services. Just a moment. Superior Laundry Services. 1260 West 1st Street. Können Sie Informationen von Hobo-Camps in der Nähe von Signal Hill? Just a moment, Detective. Es gibt ein großes Camp unter der Branche zwischen Tempel und Sunset. Danke. Wir haben gleich zwei Orte rausgesagt bekommen. Ich würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge auch wieder dabei seid. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis dann. Macht's gut. Ciao. E declaratung. Mach auf. Mach auf. F efell meinen plat 334-バイiblen per ep. Tschüss.